sobald er zu hause ist kommt ein Disco oh she is living in a circle little psycho go ist natürlich jetzt echt bisschen blöd dass ich gestorben bin gerade eben so viele Rohstoffe weg und auch meine meine Kettensäge ist auch weg gewesen das sind glaube ich 400 Metallfragment oder so oh wir brauchen ja ach wir brauchen mittlerweile schon hochwertiges Metall oh oh da sollten wir echt mal drauf achten ne so macht man den Metall schmelzen dann so kr kr Vielen Dank. Ah, schmelzen. Alles klar. Dauert aber auch Arschlange. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh no. Der soll reinkommen. Sonst kann ich nicht trollen. Der blöd Mann. So, die sind jetzt alle auch aus Blech, würde ich sagen. Okay. 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 Okay, alter. Der liegt einfach aus dem Ofen. Okay. 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 Soll ich dir meine Kiste reinschauen? Jupp. Ich hab wieder Sachen zu uns. Brauche ich eine Pistole, Alter. Ich hab über 120 Schuss. Ich hab grad, du hast zwei. 110. Revolver. Ist keine Pistole, mein Freund. Oh. Ich hab drei Revolver in eine Kiste. Ja. So. Und jetzt auf einmal zu viel Revolver. Eigentlich hätte ich viel gehabt, aber ja, der ist ja auch Futschi Kato. Was macht eigentlich Revolver für den Modus? Das ist ne gute Fall, oder? Das ist wirklich ne gute Fall, aber warte mal. Äh, das sollte aber nicht klappen. Ne. Okay. Wo ist die Syrup Rulette? Ob ich jetzt mal die Shutgun in meinen Eingekistil rein? Basti, steht. Steht! Oh verdammte Scheiße, Alter. ich hätte fast geschossen aber das ist die volle man ist gut was man ist gut was sie hat sich wohl auch mal schocken sieh mal auf ihn rossi schroletten rossi schroletten um musik und Erstmal meine Rüstung anziehen. Alles klar, Bruder. Muss los. Ich hab gedacht, er kommt erstmal auf Discord. Erstmal die Sachen von mir anziehen. Ist okay. Basti, ich hoffe, du hast wirklich jetzt die Sachen an, weil draußen sind welche mit Waffen. Ich weiß nicht, also erstmal reinkommen und fragen, ob alles okay ist, Basti. Draußen laufen welche mit Waffen rum. Ich wollte mir nur das Haus angucken. Kommt für die Ausrüstung. Scheint so, als wäre ich irgendwie einen Monat nicht da gewesen. Ungefähr. Ah ja. Leicht Bekleidung ist hier drin, Basti. Damit du deinen guten Stuff nicht verlierst. Hab ich gesehen. Wenn du auf Tun angehst oder so. Du meinst, ich soll deine Rüstung nicht anziehen. Ich mein, allgemein. Ich hab meine Rüstung schon verlangert, eben. Ich bin gerade eben gestorben. Volllaufen, Kleiner. Ja, keine Rostung. Kannst du den machen, wir haben Stoff genug. Die Frau mit dem Hut, jetzt geht's los. Ja, eigentlich. Natürlich habt ihr schon Schusswaffen. Ja, du, also, ich war ein bisschen wach, Basti. Ich hab gefahren. Was sind da, sind so willkommen oder hast du es gebaut? Nicht so willkommen. Entschuldigung, dass ich nicht zu lange aufkämmen konnte. Heute auch, äh, nicht so früh kommen konnte. Hm, ich hab's nicht. Oh, man, Jagdbogen. Ah, und Basti, du warst auf der Arbeit. Er konnte einfach nur ganz an Rost denken. Eigentlich nicht. Doch, Basti, doch. Lügt nicht. Das Einzige, woran ich überlegt hatte, ist, ob die Base kaputt ist oder nicht. Ich wollte dich trollen, aber du bist einfach drauf geworden. Finde ich nicht okay von dir. Tja, ich wollte einfach selbst gucken. Ist ja ein Wunder, man, dass das mal länger als einen Tag überlebt hat. Ja, aber ich glaube, das wird auch diesmal länger stehen. Meinst du? Meinst du? Ja. Oh, die Gegner haben schon ständig geworfen als wir. Ach, M4, A4. Hatten sie, hatten sie gestern schon. Und was wollte ich machen? Ich brauche, ich brauche Holz und Metall, weil ich will mir eine Machete machen können. Ich glaube, ein Nahkampf wird so nicht passieren. Na doch, heißt man, Mann, in Hübsch. Guck mal, wenn ich die Falte verschwinde. Ich weiß noch gestern, wo ich aufsteigen wollte und dann noch die eine kam mit seinem Boden. Boah, boah, wir haben gestern so einen weggeschnetzelt, ne, boah. War leider nicht in der Aufnahme, weil ich da noch auf Pause hatte. Habe ich später tatsächlich sogar gemerkt. Aber wir haben den so weggeböllert. Das ist nur elf Stunden geschützt. Hallo, wir haben nicht mehr so viele Metallfragmente. Toll, ne, ich glaube, ich brauche so eine Zähle. Ey, du wollte einfach mehr rechnen, aber ich habe keine Zähle. Oh mein, das ist jetzt... Man macht mir eine Knochenkeule. Wo haben wir die Knochenknochen? Oh, der Kiste. Wenn du Hunger hast, ne, hier ist eine Essenskiste. Okay. Ist natürlich auch ein Starkknochenmesser. Ne, gut zum Ausschlafen, wenn man da war. Oh, Junge, der zieht her. Ja, weil wir das mit der Karte probieren. Wenn... Mit der was? Was die bereit ist. Was? Achso, achso, ja, komm mal. Benni, dann nimm du, aber sie mal, weil ich nimm nix an Rüstung. Was? Ja, nimm die mal. Weil ich nimm nix an Rüstung. Ich bin einfach nur der... ...wo dumm rumrennt. Und vielleicht ab und zu mal was fahren tut. Ab und zu mal. Hurra. Da ist ein Kamin drin, by the way, ne, aber der ist viel zu groß. Ja. Ich nimm nix mit, bis auf meinen Bogen, Spitzhacke. Warum habt ihr mich eigentlich gelootet? Das habe ich gesehen. Ich hab deine Sachen gesaved und nicht gelootet. Okay. Ich hatte jeden Schluss gemacht. Ich glaube, ich könnte sogar sein, dass ich die beiden Sachen wieder aufgehoben habe. Also der eine, der mich getötet hat, der hat einen Korbvolver auf jeden Fall. Ich war beim zurückgehen. Und da hat er mich getötet. Warum ist eigentlich... Ihr habt aber nichts weiter hier an den Türen gemacht, ne? Also bis auf die Beine Blechtür. Also was die, ne? Jetzt komm mal runter. Ich meine, guck mal, hier ist immer noch kein Coach los. Alter, der will mich komplett rollen, der Junge, ne? War ich fast die ganze Nacht wach und hab hier Blech gesammelt, bis ihm geht nicht mehr. Und der ist nicht zufrieden. Hä, warte sind das hier? Ja, ne? Hochwertiges Metall. Ah, ne, lustig. Und wie funktioniert das? Willst du jetzt, wie man gießen tut? Also es regnet. Ja, wenn es nicht regnet, meine ich. Außer kann man das hier schon ersten, ne? Ja, gönnt ihr mal. Och man, Tim. Junge, ey. Das ist gut, dann bis die Schwade kracht. Ja, wenn ich vielleicht ein bisschen dem was dazu bekommen hab. Pass auf die Fallen auf. Ist überhaupt irgendein Gegner so dumm und rennt da rein? Ist schon passiert? Ja. Hier sind auch welche. Oh, hier ist auch welche. Ja, und da sind auch welche. Ja, die können auf jeden Fall nicht überall hinrennen. Oder dunkeln. Und dunkeln können die gar nicht angreifen. Sehen die alles gar nicht. Und die Leute da? Ja. Sind schon fett. Ja. Die haben auf jeden Fall Schusswaffen. Alter, das Haus haben sie gar nicht wirklich verbessert, aber... Ja, aber kommen wir trotzdem nichts durchfallen. Ich weiß nicht, ob der Typ mich gekillt hat, oder ob das von woanders war. Auf jeden Fall, die stehen auf unserer Liste. Die stehen eh ganz oben auf uns, weil wir die Nächste, weil die Nachbarn sind. Nein. Wir hatten ja schon einen Fights gehabt. Das waren die, die da wohnen, ne? Ja. Sind die, die dich als erstes gekillt haben, Benni. Gestern. Ja, ich weiß, deswegen. Ja. So, wir auf dem Weg nach L-Dings gewesen sind, und dann kam der mit dem Bogen da raus. Und ich weiß, ich weiß halt nicht, ob der Typ, der mich gekillt hat, von da war. Wenn, dann, ne? Weißt du Bescheid. Der war von da. Wieso bist du voll? Tja, schon längst. Komplett voll mit Essen. Boah, 355. Ich hab' jetzt nur 184. Ich hab' doch gesagt, Futterkartoffeln. Hier, Kartoffeln. Nee. Nee. Gelbe Bären. Ich nehm' doch alles, was ich sehe. Tust du's als würde ich hier nichts auffangen? Ne. Wo ist denn der jetzt hin? Ist nicht ängstlich, wer ist das? Was sind welche in der Hütte drinnen? Es war da nicht ohne eine auf dem Dach hier hin? Oder sah das nur so aus? das sind pilze ich gesehen ja weil ich gerade zum hause geguckt aha guck mal da das ist aber nicht das ding was ich weiß aber wir haben bestimmt schon als ob hier auch einer ist die schlusssachen jetzt rausbekommen aus den fässern oder was aus den kisten aus den kisten und wo also ich habe zwei gefunden am verlassen wort halt hinter unserer bergarten hütte okay also lohnt es sich das mal vorbeizuschauen auf jeden fall weil das wollen mindestens drei kisten maximum fünf und bei den schrottplatz in welcher in welcher zeit spannen die man das ist eine gute frage eigentlich ich dachte ihr wisst ja weil ihr das schon so oft gehört gefühlt jeden morgen aber ich glaub das könnte wo rennen wir jetzt eigentlich hin da auf dem berg hoch zu diesen dings kanalisationszweig oder was für die karte was auch immer wir brauchen die sicherung wir haben gar keine sicherung mit sicherung kann man da auch finden also auch wenn da so eine fässer sind es war nicht so hoch die top scheint du bist auch nicht so hoch die top ist aber tut dein gut aller ha siehst du wenn sie hilfe pilze hilzi pilzi pilzi mensch habe 91 leben ich hatte noch nie so viel leben ich habe 100 ich hatte noch nie 91 leben reduziert sich gleich auf null sowieso ja weil ich ja nicht habe und ist ihr los man kann mich auch mit trimax vergleichen so